Es war einmal ein junges Paar in einem weit entfernten Land. Sie hatten keine Kinder, aber sie wünschten sich so sehr eine kleine Tochter. Nach kurzer Zeit erwartete die junge Frau ein Baby. Eines Tages, als sie aus dem Fenster sah, sah sie einen wunderbaren Salatgarten nebenan. Von diesem Moment an konnte sie an nichts anderes mehr denken, als diesen Salat zu essen. Ich sterbe, wenn ich diesen Salat nicht essen kann. Die junge Frau verlor ihren Appetit und nahm sehr viel Gewicht ab. Bis eines Tages ihr Mann so besorgt um sie wurde, dass er ihr versprach, er würde ihr etwas von dem Salat besorgen. Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Ich werde dir den Salat holen. Aber du weißt, es ist gefährlich. Das Haus nebenan gehörte der mächtigen Hexe. Und der Garten war von hohen Mauern umgeben, die niemand zu durchdringen wagte. Der Mann nahm alle seine Kraft zusammen und kletterte über die Mauer. Er ging in den Garten und pflückte eine Handvoll Salat. Seine Frau aß den Salat voll Genuss und fühlte sich schnell etwas besser. Aber leider war eine Handvoll nicht genug für sie. Am folgenden Tag ging der Mann wieder zum Garten zurück. Aber dieses Mal erwartete ihn die Hexe schon. Wie kannst du es wagen, in meinen Garten einzudringen und meinen Salat zu stehlen? Meine Frau ist schwanger und schmachtet nach ihrem Salat. Du hättest mich einfach um Erlaubnis bitten können. Wir haben alle Angst vor ihnen. Ich dachte nicht, dass sie es erlauben würden. Vergeben sie mir. Dir vergeben? Ich werde dich bestrafen. Wenn meine Frau den Salat nicht essen kann, wird sie krank und kann unser Baby nicht gebären. Bitte. Wie wäre es mit einem Deal? Du nimmst so viel Salat, wie du willst. Unter einer Bedingung. Sobald dein Baby geboren ist, gibst du es mir. Voller Angst nahm der Mann den Handel an. Nach ein paar Monaten wurde das Baby geboren. Kurz danach kam die Hexe und nahm das Baby mit. Sie nannte es Rapunzel. Denn die Art Salat, die die Mutter so geliebt hatte, hieß Rapunzel. Die Hexe kümmerte sich gut um das kleine Mädchen. Als Rapunzel 16 wurde, war sie ein wunderschönes junges Mädchen geworden. Die Hexe schloss sie in einen großen Turm mitten im Wald. Aber der Turm hatte keine Treppe und nur ein kleines Fenster im obersten Stock. Die Hexe hatte niemals das wunderschöne lange blonde Haar des Mädchens geschnitten. Wenn sie sie besuchen ging, rief sie ihr von unten zu. Rapunzel! Rapunzel! Lass dein güldenes Haar hernieder. Ich bin's, dein Mutterherz! Rapunzel ließ ihren langen, güldenen, geflochtenen Zopf herab durch das Fenster und die Hexe kletterte an ihrem Haar hinauf in den Turm. Dies ging so für viele Jahre. Eines Tages kam ein Prinz in den Wald, um zu jagen. Er hörte eine wunderschöne Stimme, die tief im Wald sang. Was für eine wundervolle Stimme! dachte er und ritt mit seinem Pferd in Richtung der Stimme. Als er an dem Turm ankam, in dem Rapunzel wohnte, sah er sich nach rechts um und dann nach links. Aber er sah keine Treppe, um in den Turm hinaufzusteigen. Von der Schönheit der Stimme bezaubert, kam der Prinz jeden Tag zum Turm, aber fand keinen Weg, in den Turm zu gelangen. Eines Nachts, als er sich mal wieder dem Turm näherte, sah er die Hexe, die unten vor dem Turm wartete. Rapunzel! Rapunzel! Lass dein güldenes Haar hernieder! Ich bin's, dein Mutterherz! Rapunzel ließ ihren langen, güldenen, geflochtenen Zopf herab und die Hexe kletterte an Rapunzels Haar hinauf in den Turm. Am nächsten Tag, kurz nach Sonnenuntergang, ging der Prinz wieder zum Turm. Er verstellte seine Stimme. Rapunzel! Rapunzel! Lass dein goldenes Haar hernieder! Ich bin's, dein Mutterherz! Zuerst hatte Rapunzel etwas Angst, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben jemand anderes als die Hexe zu Gesicht bekam. Du bist nicht meine Mutter! Was willst du hier? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe dich singen gehört und mich in deine Stimme verliebt. Ich wollte nur sehen, zu wem die Stimme gehört. Rapunzel gefiel, was der Prinz sagte und sie hatte keine Angst mehr. Für eine Weile ging alles gut und die Hexe bemerkte nichts. Schließlich, eines Tages, hielt der Prinz um Rapunzels Hand an. Willst du mich heiraten? Rapunzel nahm den Antrag des schönen Prinzen voller Glück an. Aber Rapunzel konnte nicht aus ihrem Turm herausklettern. Plötzlich hatte sie eine Idee. Der Prinz brachte ihr ein Stück Stoff mit, jedes Mal, wenn er sie besuchen kam. Rapunzel wand die Stücke zusammen, um ein Seil zu knüpfen. Aber eines Tages machte Rapunzel einen großen Fehler und verriet sich aus Versehen. Mutter, mein Prinz klettert schneller als du. Welcher Prinz? Äh, ähm... Welcher Prinz? In diesem Moment erkannte die Hexe, dass etwas vor sich ging und sie begann Rapunzel anzuschreien. Wie konntest du mich hintergehen? Ich wollte dich doch nur vor dem Bösen dieser Welt beschützen. Außer sich vor Wut schnitt die Hexe Rapunzels goldenes Haar ab und verbannte sie in eine weit entfernte Wüste. Am selben Abend wartete die Hexe im Turm auf den Prinzen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hernieder. Ich bin's, dein Prinz. Die Hexe ließ das Haar herab, das sie Rapunzel abgeschnitten hatte. Ahnungslos begann der Prinz zu klettern. Als er oben ankam und die Hexe anstelle von Rapunzel sah, ahnte er, dass etwas Schreckliches passiert war. Als die Hexe auf ihn zuging, stolperte der Prinz rückwärts und fiel vom Turm heraus. Oh! Dank der Büsche am Boden überlebte er den Fall. Aber die Dornen stachen in seine Augen und er konnte nichts mehr sehen. Der erblindete Prinz stolperte durch den Wald. Mit Tränen in den Augen suchte er seine Rapunzel. Er ernährte sich von Pflanzen und Früchten, die er im Wald fand. Er lief so weit, dass er schließlich in der Wüste ankam, in die Rapunzel verbannt worden war. Und plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Er hörte eine sanfte Stimme singen. Er erkannte sofort, wem die Stimme gehörte. Das ist Rapunzels Stimme. Er lief in Richtung der wundervollen Stimme und rief dabei, Rapunzel, Rapunzel. Rapunzel erkannte die Stimme ihres Prinzen. Mein Prinz! Sie rannte auf ihn zu. Mein Prinz! Endlich hatten sie sich wiedergefunden. Als sie ihn endlich wieder sah, umarmte Rapunzel ihren Prinz und weinte Freudentränen. Ihre Tränen tropften auf die Augen des Prinzen. Und plötzlich geschah ein Wunder. Und der Prinz öffnete seine Augen. Er konnte wieder sehen. Rapunzel war so glücklich, als sie dies sah. Zusammen reisten sie zum Königreich des Prinzen, wo die Menschen sie voller Freude empfingen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.